Hallo meine Lieben, ich bin schon auf den Beinen. Es ist jetzt halb acht, glaube ich. Ich schaue mal eben für euch. Ja, 7.32 Uhr. Die Männer sind gerade aus dem Haus gegangen, Bernd und Calvino zur Zeit noch zur Schule. Das ist ja jetzt alles hier mit diesem Corona-Lockdown wieder. Da weiß man nicht. Also Calvino hat die Schule gewechselt, er bräuchte ein Busticket und ach, keine Ahnung. Wir glauben, dass die wieder die Schulen teilweise schließen werden. Ich musste so einen Zettel ausfüllen, wo dann drin stand, sowas wie ob wir Internet haben, ob wir die Möglichkeit haben, Calvino zu helfen beim Unterricht. Also wenn die von zu Hause unterrichtet werden. Und ich vermute, dass die eventuell die Kinder, die die Möglichkeit haben, mit den Eltern zu Hause Fernunterricht machen werden. Und deswegen haben wir halt noch kein Ticket geholt, dieses Schoko-Ticket oder wie das ist, wie das heißt. Und ja, deswegen bringt der Bernd ihn zur Schule. Ich räume gerade die Spülmaschine aus. Und eigentlich bin ich müde, obwohl ich gestern, gestern war ja kein Vlog, gestern habe ich ja das Krisenvorsorge-Video gedreht für euch. Was ihr vor langer Zeit gesehen habt schon. Und ja, gestern habe ich mich richtig, richtig ausgeruht. Also ich muss ja jetzt nicht mehr arbeiten, wegen diesem Lockdown. Also mein Nagelstudio ist ja geschlossen. Und ich habe gestern, ja außer, dass ich mit dem Hund spazieren war und unser Familienbett, frische Bettwäsche gemacht habe, sehr viel gelegen. Ich habe einen Film geschaut, Notting Hill habe ich gestern geschaut. Der ist ja von 1999, der war richtig schön anzusehen, so eine Schnulze. Und ich habe tatsächlich vormittags eine Stunde geschlafen, so ein Nickerchen gemacht und nachmittags auch nochmal. Und trotzdem war ich um halb zehn im Bett und habe bis heute Morgen dann geschlafen, bis unsere kleine Tochter mich geweckt hat. Die hat nämlich so getreten und so gezuckt, dass ich dann wach geworden bin und wach war. Ja, egal. Ich kann mich ja heute wieder, was heißt schonen, also heute wollte ich schon ein bisschen weiter Kisten auspacken oder so. Ja, mal gucken, wie es heute wird. Ich nehme euch jedenfalls mit durch unseren Tag. Der Bernd ist ja dann auch erst mal arbeiten. Und zur Mittagspause kommt er nach Hause und ich werde jetzt Erbsensuppe kochen. Schon mal, dass die fertig ist, wenn der Bernd nachher von der Arbeit kommt, dann können wir die schnabulieren. Erbsensuppe ist aufgesetzt. Ich nehme mal diese Schälerbsen, die trocknen, dann wird das nachher so richtig schön breiig. Das mögen wir richtig gerne. Also es ist jetzt einfach nur Gemüse. Ich habe auch kein Räuchertofu reingemacht und so. Dafür mache ich gleich wieder unser Liquid Smoke rein. Das macht halt so einen rauchigen Geschmack, weil wir halt kein Fleisch essen. Aber das gibt halt so eine schöne Würze. Das mache ich rein. Das ist sehr lecker. Und dann gibt es dazu Laugenstange. Das sind noch Knoblauch-Ecken von gestern Abend. Brötchen habe ich noch von gestern Abend. Und schaut mal, was ich ausprobieren wollte. Ich habe jetzt die ganzen Gemüseabfälle von der Suppe hier reingetan. Und man soll das ja einfrieren können bis zum halben Jahr. Und dann sammeln, sammeln, sammeln. Und das dann mal so einkochen. Und ja, dann wie quasi Brühwürfel selbst gemacht. Das möchte ich mal ausprobieren. Deswegen werde ich das jetzt mal einfrieren. Dann probiere ich das aus. Ich werde euch sagen, wie es gelaufen ist. Und ich mache jetzt immer Kaminfeuer im Fernsehen an. Ja, Smurvy schläft auch. Dann kann ich jetzt auch ein bisschen entspannen. Ihr habt mir mal den Tipp gegeben, dass man hier mit halt... Also ich sollte damit hier das Treppengitter polieren, dass es wieder schön wird. Und ich habe jetzt mal unseren schrömmeligen Wohnzimmertisch damit eingeölt oder poliert oder wie auch immer. Der war mal ganz dunkel. Ich zeige euch mal, wie der aussah. Hier haben wir nämlich den Schrank dazu. Seht ihr den Unterschied? Der ist halt richtig genutzt, ne? Und hier hat er auch Smurvy gekaut, da. Und das war gerade ganz hell. Man sieht es immer noch, aber es ist schon besser geworden. Aber eigentlich möchte ich hier einen ganz anderen Tisch haben. Ich wollte hier so einen kleinen, viereckigen Tisch haben. Weibel. Ich finde den zu groß für diese Couch. Ja, so einen kleinen, viereckigen, der da hinkommt. Wir haben da eh nie was draufstehen. Und den würde ich dann hier hinstellen. Zwischen Esszimmer und Wohnzimmer, wenn dann die Kisten irgendwann weg sind. Weil hier hatte ich dann geplant, später einen Teppich hinzulegen. Und dann kann man da sowas wie die Spiele-Ecke hinmachen oder so. Jetzt wird da erstmal ein Laufgitter hinkommen. Ich rede jetzt halt von wirklich später, wenn das Kind größer ist. Aber es ist halt, ja, jetzt ist es so total die Platzverschwendung hier, diesen großen Wohnzimmertisch zu haben. Mal schauen. Ich weiß noch nicht, vielleicht von Ikea. Da gibt es ja so kleine für 5 Euro. Vielleicht so einen. Oh Leute, ich glaube langsam echt, ich bin zu doof zum Laufen. Ich bin schon wieder gefallen. Oh Mann. Ich zeige euch, wie doof ich bin. Jetzt tut mir mein Bein weg. So eine Kacke. Also, die Tüte da, die will ich ausräumen in die Vitrine. Und ich wollte was auf den Esstisch legen. Und da ist so ein, hier, dieses von Smurphy, das ist so ein sauknapp am Boden, der ist fest. Und dann kann ich gar nicht so schnell gucken, wie ich dann liege. Also, in dieser Schwangerschaft ist das echt extrem. Ich stolper oft. Ich fall voll oft hin den Tag. Das ist jetzt aber schon zwei Wochen her. Bin ich auf dem Parkplatz mit Smurphy spazieren gewesen. Und dann bin ich einfach so weggeknickst. Mein Fuß ist einfach umgeknickt. Und dann bin ich einfach gestürzt. So. Das Knie ist immer noch auf davon. Mann, ey. Irgendwann falle ich noch auf den Bauch. Ich sage es euch. Unglaublich. Ich kann nicht mehr laufen. Mann. Naja, bin ich nicht auf den Bauch gefallen. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ich ärgere mich so über meine eigene Dummheit. Also, es geht mir gut immer noch. Das ist jetzt so ungefähr eine halbe Stunde her, dass ich gestürzt bin. Das ist alles okay. Ich konnte schon weitermachen. Ich habe Staub gewischt und alles. Und ja, egal. Ich wollte euch sagen, dass ich eigentlich, also jetzt durch diesen erneuten Lockdown, darf ich ja nicht arbeiten. Also, Nagelstudio ist ja geschlossen für mindestens den ganzen November. Und normalerweise wäre ja mein Mutterschutz, sechs Wochen vor dem errechneten Termin, würde er ja starten. Das wäre Anfang Dezember. Da würde ich in Mutterschutz gehen, wenn ich in einem Angestelltenverhältnis wäre. Ich hatte jetzt gesagt, dass ich dann bis Weihnachten auf jeden Fall weitermache, wenn es mir gut geht. Man weiß ja jetzt noch gar nicht, ob wir wieder aufmachen dürfen im Dezember. Und das steht ja alles noch gar nicht fest. Die sagen ja erst mal bis Dezember, den ganzen November ist geschlossen. Aber ich muss sagen, das ist jetzt der zweite Tag, wo ich zu Hause bin. Gestern habe ich nur gechillt und heute, ja, ich komme halt zu total viel. Und das ganz entspannt. Ich setze mich immer zwischendurch hin, trinke was, lege die Füße kurz hoch und dann mache ich wieder zehn Minuten, Viertelstunde weiter. Und das ist so, ja, also, ist klar, ist das eine finanzielle Einbuße, dass das Nagelstudio geschlossen ist. Aber es ist schon, ja, erleichternd. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich will jetzt auch nicht faul rüberkommen, dass ich sage, boah, das ist schön, dass ich jetzt nicht mehr arbeiten muss. Wisst ihr, wie ich das meine? Einfach so, es ist so entspannt. Und so, ich kann mir das alles einteilen hier zu Hause. Ich habe jetzt schon Essen gekocht. Ich habe Staub gewischt. Wenn ich dann gleich mit dem Smurfy gehe, dann mache ich hier den Staubsaugerroboter an. Das muss ich ja nicht selber machen. Das ist immer ganz praktisch. Also, ab und zu gehe ich natürlich auch mit dem normalen Sauger hier durch, weil man so die Ritzen und Ecken, das kriegt der Roboter jetzt nicht so hin, hinterm Sofa und so. Aber dieses tägliche Saugen hier unten, wo die meisten Hundehaare sind, Miegelglitzer, sage ich immer, das macht täglich der Roboter. Und dafür ist der wirklich super. Also bin ich total dankbar, dass ich den geholt habe, obwohl der nur 80 Euro oder so gekostet hat. Das ist dann günstiger einfach, aber der nimmt mir echt viel Arbeit ab hier. Ja, gut. Jetzt ist meine Pause. Ich bleibe jetzt noch ein bisschen sitzen. Und dann ist auch gleich die Waschmaschine schon fertig. Dann kann ich die Wäsche aufhängen. Es ist schon abends mittlerweile. Das sieht man, glaube ich, dass es halt sehr viel dunkler ist als sonst. Und ich war halt mit dem Smurphy eine große Runde spazieren. Dann war Mittagspause, dann war Bernd hier. Wir haben zusammen gegessen alle und so. Und ach so, dann bin ich noch zum Laden gegangen mit Smurphy. Und dann waren wir da halt bei Bernd, haben den besucht. Und jetzt bin ich gerade nach Hause gekommen und ich zeige euch mal, was ich gemacht habe. So, also hier waren ja noch mehrere Kisten. Jetzt sind noch zwei. Die kommen hier in den HWR, müssen hier ausgeräumt werden. Aber die kann ich halt erst ausräumen, wenn dort im HWR ein paar mehr Regale angebracht sind. Deswegen stehen die noch da. Und ich habe Wäsche gemacht. Und weil ich den Wäschekorb nicht auf einmal tragen wollte, habe ich jetzt erstmal halt so ein paar Teile nur immer hochgebracht. Und jetzt den Rest, glaube ich, das schaffe ich alleine. Und dann kann ich auch, also das schaffe ich dann auf einmal halt, diesen Korb jetzt zu tragen. Und dann kann ich jetzt den Wäschekorb hin nach oben nehmen. Dann haben wir endlich einen Wäschekorb oben, wo man die teilekige Wäsche reintun kann. Yay! Das klappt doch ganz gut. So. Genau. Der war nämlich bis oben, also ein richtiger Berg war auf diesem Wäschekorb. So, das habe ich gerade schon alles eingeräumt. Zack. Das ist gerade Casino. Und jetzt bringen wir das einmal rüber zum Calvino. Hier ist es immer noch sehr, sehr chaotisch. Aber das ist auch nicht Calvinos Zimmer. Das ist halt nur hier dieses Büro oder später halt vom Baby das Zimmer. Und jetzt sind halt, ist halt nur hier Calvino's Kleiderschrank. Ja. Und den Wäschekorb habe ich jetzt hier hingestellt, vor den Spiegel. Diese ganzen Sachen hier, die müssen alle auf den Dachboden. Und die sammeln wir erst mal hier. Und dann irgendwann muss Bernd die da hochbringen. Ja. Hier haben wir einen Wäschekorb. Und jetzt gehe ich Mutterbrot essen. Ich habe Hunger. So ihr Lieben, es ist schon verhältnismäßig ganz spät. 21 Uhr, so spät, beende ich normalerweise nicht meinen Blog. Im Hintergrund hört ihr, wie Calvino sich die Zähne guckt. Und ich habe ihm gerade erklärt, wie man T-Shirts aus dem Schrank nimmt, ohne dass der Haufen umknallt. Ja. Ach so, er. Die Dusche macht gut. Ja, die Dusche tropft auch noch. Calvino war auch duschen. Da war er ganz erstaunt, der Calvino jedenfalls. Ja, ich wusste nicht, dass er hat Worten. Ja, woher soll man das auch wissen, wenn man das noch nie gemacht hat. Jetzt weiß er das. Und ja, wir gehen jetzt alle schlafen. Und ich wollte das Video nur noch beenden. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.